Sie haben doch auch zur Kenntnis genommen, dass unser Minister sich sehr dafür eingesetzt hat, dass sozusagen Transparenz erhöht wird, gerade bei den TTIP-Verhandlungen. Und dass er in Kürze entsprechend auch im eigenen Haus einen Leseraum eröffnen wird, wo er die Unterlagen jedem präsentieren, also nicht öffentlich der Presse präsentieren wird. Das war auch mein Thema heute, nämlich TTIP. Mich würde mal vielleicht zuerst vom BNWI interessieren, vielleicht auch von Herrn Seibert. 37 Personen hat die Bundesregierung jetzt den Grünen per parlamentarischer Anfrage beantwortet. Aus Kreisen der Bundesregierung waren bisher in der US-Botschaft und haben Einblick in die TTIP-Unterlagen genommen. Mich würde mal interessieren, aus welchem Ministerium bisher kein Vertreter in der US-Botschaft war. Keine Angaben zu machen, müssten wir gegebenenfalls nachliefern, wenn das möglich ist. Und dann würde mich noch interessieren, warum bisher kein einziger Minister, weil kein einziger Minister war bisher in der US-Botschaft und hat sich die TTIP-Unterlagen persönlich angeschaut. Wie kommt das? Also die Bundesregierung ist ja alle Teilen für TTIP. Warum interessiert sich da kein einziger Minister für? Ich glaube, der erste Irrtum ist schon anzunehmen, wenn kein Minister persönlich dahin gegangen ist, dass er sich nicht informierte. Vielleicht müssen Sie auch von einer gewissen Arbeitsteilung in Ministerien ausgehen. Weitere Aussagen dazu? Die Frage ist, glaube ich, beantwortet. Entschuldigung, jetzt dürfen Sie noch eine stellen, bitte. Ich weiß jetzt nicht, ob Frau Motto das nicht verstanden hat, aber wird sich Herr Gabriel dann das zumindest mal persönlich angucken, als oberster Verfechter von TTIP in der Bundesregierung? Ich meine, Sie haben doch auch zur Kenntnis genommen, dass unser Minister sich sehr dafür eingesetzt hat, dass sozusagen Transparenz erhöht wird, gerade bei den TTIP-Verhandlungen, und dass er in Kürze entsprechend auch im eigenen Haus einen Leseraum eröffnen wird, wo er die Unterlagen jedem präsentieren, also nicht öffentlich der Presse präsentieren wird, aber wo die Unterlagen zur Verfügung stehen. Insofern hat der Minister sozusagen diesen eigenen Raum im Hause ab 1. Februar bereit. Danke. Das können Sie... Für die MdBs, entschuldige. Wie bitte? Wollten Sie das noch ergänzen? Für die Mitglieder des Bundestages steht er zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank.